Mein Name ist Frank Vogler. Wir befinden uns hier in Unterfranken. Ich bin vom Beruf Landwirtschaftsmeister und Tierwirtschaftsmeister. In erster Linie halten wir hier Legehennen. Wir sortieren ca. 70.000 bis 75.000 Eier pro Tag und vermarkten die über unsere angeschlossene Direktvermarktung. Unsere Legehennen liegen uns sehr am Herzen. Deshalb versuchen wir seit vielen Jahren ein ganzheitliches Futter- und Wasserkonzept aufzustellen. In erster Linie haben wir das Wasser verbessert über eine eigene Elektrolyseanlage. Wir setzen direkt am Tier an und dosieren effektive Mikroorganismen, die den Darm besiedeln, um so quasi schlechte Bakterien herauszuhalten. Das Tier kommt aus dem Wald. Wenn ich dort eine Art Urwald schaffe, dann kann ich eben die Tiere weit, weit vom Stall weglocken, so dass sie sich auch aus dem Weg gehen können. Im Stall setzen wir Urgesteinsmehl ein und arbeiten sehr viel mit Stroh, um den Tieren Beschäftigung zu geben. Daneben betreiben wir noch einen kleinen Hofladen. Hier können die Leute bei uns auf den Hof kommen und können sich zwölf Stunden am Tag selbst bedienen. Wir haben vier Galloway-Rinder auf der Weide mit dabei stehen und ein Vorteil ist die Abwehr von Kleinwild, weil da wo große Tiere stehen, meistens das Kleinwild nicht reingeht. Für uns ist es sehr wichtig hier im Betrieb neue Verfahren auszuprobieren. Wir wollen für die Zukunft ein optimales Ernährungskonzept aufstellen. Wir müssen das Tier gesund erhalten und lang erhalten, damit das Tier was davon hat und wir auch.